Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Unruly Heroes für die Nintendo Switch und wir begeben uns direkt bei der Schädestuch ins Wolfslager. Wir haben schon gegen viele Wölfe gekämpft jetzt und ja es ist schon so ein bisschen Hau-drauf-Aktion die ganze Zeit. Ich bin mal gespannt wie es noch weitergeht das Spiel also das ist jetzt noch die erste Welt, aber es wird mich interessieren wie es noch aufs Steigerung geht und ob mehr kommt oder war es das jetzt so also es fehlt mir noch ein bisschen so ein bisschen ich finde es gut aber es fehlt mir noch so ein bisschen so der der Kick. Ich weiß nicht wie man das erklären soll. Ja der Kick fehlt einfach noch mal. So. Oh warte ich wohne auch haben. Yes. Ich mag gerne diesen Monkey spielen hier. Der ist irgendwie recht cool. So. Okay wir sind da hoch und dann da längs und da sind ein paar Wölfe und oh da sind ein paar Fässer und da muss man wahrscheinlich... Oh. Oh jetzt gibt's Donkey Kong. Oder was? Bestimmt. Ja. Oh. Oh. Oh Mist. Oh. Mist. Oh. Aber wir kommen hier um längs. Oh nein. Oh. Ich hätte man da wechseln. Oh nein. Okay. Okay. Alter. Oh, noch eine Etage tiefer, die Leute. Okay. Oh, guck mal was er jetzt macht. Uh, das ist der Zwischenhof. Okay, er hätte mal machen sollen in der Mitte von den ganzen Gegnern. Wo ist nicht so viel Sinn gemacht. Okay, wir sind da weiter. Okay. Okay, jetzt kommt wieder was Schwieriges hier. Obwohl, den kann man schieben, ne? Das heißt, den müssen wir wahrscheinlich woanders entschieben. Oder wie sehe ich das? Eigentlich, oder? Wo soll man es von hier versuchen? Ich weiß es nicht. Wo soll man es von hier? Man. Alter Schwede. So enge Dinger hier. What? Was habe ich noch getroffen? Habe ich noch getroffen? Ich würde sagen, nein. Na gut. Aber anscheinend schon. Bring mir nochmal nach oben. Wickel die, dickel die. Komm. Ach so. Es hält wahrscheinlich nicht eh an. Kann das sein? Das kann natürlich sein. Dann müssen wir natürlich den irgendwie hier rüberlotsen. Aber wie? Wie kriegt denn da was? Ah, jetzt so. Mal machen wir so. Ja, 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 ja. Jetzt weiß ich wie. Schieben wir mal hinter Monkey. Wechseln zum Monkey. Machen uns ins Ding hin. Wechseln wieder zum Schweinchen. Schieben ihn hier hin. Jetzt können wir es tierisch hier benutzen. Und auf jeden Fall einmal hier hochfliegen. Also die Schriftrolle. So. Jetzt müssen wir den mal da rüberschieben. Und dann können wir von hier aus hier hochfliegen, ne? Genau. Klar können wir uns die Dinger da drüben jetzt auch holen. Das habe ich aber nicht vor. Das sind wir dann doch wieder zu. Frickelin. Und wir wollen ja auch hier irgendwann rüberkommen. Ach, jetzt gucken wir mal so. Gut, gut, gut. Sön. Da kommen wir nicht. Da kommen wir nicht auf die Tür. Okay. Hier ist wahrscheinlich... Ach, da. Okay. So. Wo wir den hinstehen können. Wahrscheinlich nur hier. Und da müssen wir... Wir sind steiler vielleicht. Okay, das war eigentlich so gut. Vielleicht nicht ganz so steil. Nein. Das war richtig schlecht. Wie soll ich hier ran? So, noch einmal. Nein. Ey, ja. Du musst das Ding da hinten berühren, irgendwie, ne? Oh. Das war eine Kiste. So. Das war gut. Okay. Okay. Eichern. Und hier durch. Eieiei, ein kleines Nashorn. Schnuppe, schnuppe. Schnuppe, schnuppe. Eieiei. Und nur in Zeit für das Essen. Drei finalen Ingräte. Und dann... Soap. Okay. Ich glaube, mein Aya kann warten, bis morgen. Pff. Spacko. Dann komm her, du Riesenviech. Ich will einmal kurz hier in die Option gehen. Ist irgendwie so ein bisschen schade, aber ich finde, die Musik geht ein bisschen unter im Spiel, ne? Dann lauter machen wir die nach. So. Okay. Da oben sind irgendwelche Dinger, die kann man bestimmt... Genau. Habe ich schon gedacht. Okay. Okay, das macht er jetzt. Okay. Oh. Oh. So. Ein bisschen Schmähschläge von mir. Ein Special Move. Und jetzt? Ah. Ei, kurz an. Hier bin ich. Oh. Jetzt geht er hoch. Alter, so. Lebt noch. So. Müssen wir den da oben noch haben. Oh Mist. Ja. Nein. 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 Oh Mist. So soll das Schweinchen mal nach oben runterkommen. Einen fetten Move von mir. Oh. Mist. 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 Ei, 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 jetzt wird's eng. Okay. Komm her. Okay, nur haut drauf, bringt ja nicht so viel bei ihm. Ah, da hat er mich erwischt. Oh nein. Ah, ich wollte da rüber noch. Shit. Warte. Nein, rüber. Liegt, da ist noch einer. Den kriegen wir noch hier. Oh. Okay. Jetzt ist wieder eine enge Kiste hier. Oh, hier kriegen wir noch einen. Oh, das ist so blöde. So, jetzt aber. Oh, Mann, oh Mann. Oh, da fliegt er hoch. Oh, er ist die letzte Zuder deiner Suppe, würde ich sagen. Bye, bye. Bye. Super. Ach, komm mit. Ach, Mist. Nicht so langsam. Egal. Level abgeschlossen. Ja, sehr gut. Ah, komm, dann machen wir ein bisschen weiter, ne? Ja, das wäre schon kurz gewesen, das Spiel hier. Ja, und gehen wir weiter in den Weg der Wölfe, würde ich sagen. Hm. Zumindest soweit wir kommen, oder? Macht Sinn. Na? Was passiert da? Gar nichts. Ach, guck mal. Ich kann die Musik hier machen. Während der Läd. Das habe ich gleich mitgekriegt. Drückt man die verschiedenen Tasten, machen die verschiedene Töne. Wie cool ist das denn? Beim nächsten Mal im Ladescreen machen wir einen richtig geilen Beat. So. Von oben. Haha. Das kloppen schockt. So. Guck mal. Geht rein. Uuauaua. So. Hier geht's hoch. Aber der drücken kann auch hoch. Und da ist wieder eine Schriftrolle. Okay. Können wir die Illustration, können wir uns mal angucken irgendwann. Muss ich wieder durchkloppen. Die alle nach hinten. Ja. Fettdrecken. Ist der hinten runterfallen. Nein. So schnell machen wir das jetzt. So. Oh nein. 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 Das war dumm. Na gut. Hier langsam mal. Das war dumm. So. So nochmal die ganze Schose. So nochmal die ganze Schose. Ich hoffe, dass die Tiere nochmal wieder kommen. Nein. Nein. Was ist denn das? Wie komme ich denn da nicht da hoch? Verrückt. Versuchen wir nochmal. Kann reich sein. Da hochkommen. Uh. Da bin ich. Warte mal. ihn hier. Oh. Ah ok. Oh. Alter. Ey. So. Ah. Da können wir speichern. Super gespeichert. So. Hier gehts runter. Und eins auf die Mütze. Oh komm her. Okay. Ihr wollt auf die Harte? Kriegt ihr. Hier. So. Du Affe. Und jetzt hier. Okay. Ich will eine andere Figur nehmen. Und zwar. Ich. Fährenkampf hier. Oh. 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 Ist das ein Video daß? Oop! Oh, ja dann! Oh, ist das ein Fanat? so es klappt jetzt bin ich der wolf ok kann ich auch wechseln aber wir können auch umschießen ok Ok, dann müssen wir einen gebogenen Wurf machen, oder? Ah doch, die fallen runter, ok. Ok, dann sind wir zu niedrig, ok, geiler Wolf sind wir, haha, warte, gehen wir doch runter. Warte, dann läuft der hinter mir her, wo ist das denn, ja, da musst du drauf bleiben, damit ich hier hochkomme. Ah, ok, jetzt wird es ein bisschen ausgefallener, ne? Komm mal mit ihr beiden, ach ne, ach, damit es noch höher geht, ok. Aber das bringt mir nichts, da muss ich ja noch einen irgendwo befreien. Ist hier unten drin irgendwo? Ah, da oben ist auch noch einer, ok. Ah, ok. Ok, da können wir wahrscheinlich den Pfeil da oben durch das Feuer schießen, pass auf. Ah, das hätte auch nicht Sinn gemacht. Komm mit, dann können wir die benutzen wie so kleine, ähm, gucken wie sie mich lieben. Und du hüpfen mal da runter. Komm hier. Danke. Perfekt. Ja, ok. Du hast natürlich ganz gut gemacht, äh, ganz gut gelöst. Aber nicht einfach rein. Ach, warte mal, kann ich hier oben die Seile kaputtschießen? Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok. Sehr gut. Nehmen wir jetzt alle mit, die wir finden. Ach, er macht die Platte runter, ok. Kann ich ihn hoch bringen? Ach, er schießt auch die Pfeile, ok. Der hat sich sehr clever gemacht. Ach, guck dir das an. Aber das ist natürlich echt clever. Oh, warte, warte, warte. Schnell durch. Okay, müssen wir schon. Los. Ne, ich dachte, ich könnte durchhauen. Er ist auf der anderen Seite. Ah, warte mal, kann ich da oben das Verhältnis machen? Ne. Ach, da ist ein Benzel, ok. Warte, ich muss eh, ich muss eh schießen. Er muss von der Seite schießen. Komm her. Komm hier hinten hin. Dreh dich. Und dann nach oben. Na, also ein bisschen schräg nach oben. Wieso kann ich diese Benzel auf mich treffen? Die müsste er doch eigentlich treffen können. Ach ne, jetzt weiß ich. Ok, pass auf. Klar. Komm mit. Durchs Feuer schießen. Und auf die Fässer. Warte mal, warte bis das Feuer kommt. Ah. Das macht Sinn. Ah. Bin ich neun? Dann muss ich ganz zurück. Ich brauche wieder einen Wolf, ne? Ohne Wolf komme ich nicht weiter. Geh. Dann bin ich wieder zurück. Scheiße. Da ist er. Na los. Ich muss ihn ja irgendwie da runter bekommen. Wie krieg ich ihn denn da runter? Da fällst du runter, kleiner Mann. Ne, der kommt hinterher. Ähm. Okay. Ah, noch ein Stück. Ne. Mal. Perfekt. Warte jetzt. Und du runter? Ja. 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 Und dann musst du einen Fall nach oben schießen. Okay. Nein. So. Aha, aha. Warte mal. Kann ich mich hier stehen lassen? Muss ich irgendwas machen? Okay, okay. Nee, nee. Ich weiß was. Komm halt. Wir müssen wieder zurück. Kleiner Wolfsmensch. Wolfsmensch vor allen Dingen. Kleiner Wolf. Und jetzt. Du musst dich rüberspringen und du gehst oben längst. Genau. Ah. Lucky Lucky. Dann bringt er mich jetzt hier nach oben. Oh, jetzt gehen wir hier mal los. Oh, da ist sie wieder. Okay. 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 Okay, ich aber hier rübe. okay das ist natürlich kann natürlich die die pfeile steuern super aber dann die wölfe super dafür sind die wölfe super aber ich kann nicht wechseln jetzt kann ich auch wieder wollen geht das nicht mehr ich kann ihn nicht wieder aufsammeln doch jetzt geht's okay ich wusste jetzt nicht ob ich wolf sein soll oder nicht aber anscheinend schon wie soll ich da rüber kommen wir suchen mal was anderes ja okay jetzt können wir wieder aber wolf kann ich ja bringt mir nichts wenn ich jetzt wolf wieder bin anscheinend doch was hat klar und dann muss ich aber hier wieder raus ist meine rolle dass sie kommen so machen dann können wir jetzt an den appen nehmen auf eine feinere art aber jetzt können wir wieder der wolf sein gleich das nur nicht schlagen wo wir angreifen ist das ding weg dann können wir darüber gut okay so geht es natürlich auch ach warte muss ein pfeiler hoch okay man kann einfach so den verlassen auf a drückt das habe ich jetzt nicht gecheckt aber so ist das okay aber ich glaube wir machen hier eine pause und ich danke fürs zuschauen ich hoffe ihr seid beim nächsten mal dabei bis dahin tschüss bis dahin tschüss Untertitelung des ZDF, 2020